hallo und herzlich willkommen zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal hier ist wieder stürme heute bayern gegen augsburg und ich steuere bayern und augsburg steuert julian ja so ich tippe mal ein 4 zu 0 also im real life hier tippe ich jetzt ein hier tippe ich jetzt ein 27 so ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr tippt hier für das spiel obwohl ich denke mal vielleicht dass augsburg eine bude irgendwie machen irgendwie wieder das ist schon wieder so ein kaiubi schuss da aus dem kämichs klar dass ich von eben nicht aufgenommen wurde tja, Gott sei dank ja Gott sei dank also wir haben eh schon mal einen stuhl aufgenommen das war richtig peinlich gestürme da habe ich mal richtig lustig was heißt aufgenommen wir haben es auch gar nicht aufgenommen oder hast du es aufgenommen in der haussehne nur aber kann ich erklären wie ich dich heller da war in der zwischen rieberi nase juckt nase juckt ah oh wo spiele hin da habe ich auch gar nicht gedacht wo spiele hin nein so rieberi macht er jetzt viel Druck ah alter was ist denn das hier rieberi 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 ich merke schon direkt das Spiel mit augsburg das ist total kompliziert so nächstes mal gibt es ein Orakel mit den Magitex Karten ich kann nichts mehr sagen also wer die Insta-Story hier verfolgt von Julian der weiß Bescheid ich fand es lustig jetzt jawoll 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 nein aber jetzt hast du ja die komplette Bayern-Mann-Fürzehnglück ja vielleicht kassierst du ja jetzt nicht so viele Tore auch wenn du das neue noch hinten drin hast hehehehe Gregoritsch nein nein uff das ist eine dicke Nötigkeit für den Aufbau A ja oh wie spielen die dann hin ey ah ich streue es auch bei einem gar nicht mehr Freistoß jetzt für die Bayern ab 9 streamt bei Jens bestimmt mal irgendein nein ich habe gestern angekündigt ich hatte gestern Kopfschmerzen des Todes ne wo es ging gar nichts mehr ich war froh als ich ein bisschen ne pennte es gibt es ja nicht da kommt die ecke oh 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 jawoll auch hier hat sich durch hohe heiser zum würde sie läuft kreuz und quer übereinander ich habe das andere rechts läuft laufen bei der anderen freistoß für die bayern so alaba da war nicht gut geschossen dies war nicht gut die chance die sich für mich jetzt ergibt könnte gut werden alle also ob ja ich weiß auch nicht es gibt es ja die kriegen alles in den arsch gesteckt das ist aber stimmt doch ja das stimmt das soll jetzt keine kleine über kranse vergessen kleiner youtuber jetzt ruggles das einzige was du mit glück gesponsert bekommen kannst weil es kaum eine saujuck ist sowas wie handballsticker naja so ein paar lücher kriegst du gesponsert ja heller dass der nicht drin ist marcel heller das war die hundertprozentige für den fc augsburg das gibt es doch nicht das war jetzt aber nur die spiel zusammen aber fast noch wichtiger ist die spiele meine die erste hatte so gut gemacht wenn ich in den neuen kohlen das ist gelb gelegenheit was die platte droht platte rot also bitte einmal videoschiedsrichter gibt es ja leider hier nicht also das war ja so ein bisschen hart die entscheidung fand ich das war ja keine hundertprozentige zur halbzeit spielts von einem mann weniger das heißt ich habe einen kleinen nachteil ja obwohl da auch noch nicht habe ich auch mit zweimal weniger spiel ganz still das war ja nicht das peinliche ich wollte gerade sagen ja ja richtig schönes spiel da bekomme ich leider nicht ganz durch sehr gute passquote auch der ball kommt an wird das seine torschance und jetzt wollen sie wechseln der nächste geld gefördert gefördert ich habe keinen bock auf eine zweite rote wenn ich zu belasten der schiedsrichter entscheidende nein stark spielt sich besser als ich vermutet wird hier seine verletzt das gibt es warum tue ich mich so schwer im moment vor allem mit den bayern tust du dich schwer also die sind zwei zu sieben da wirst du irgendwie total komisch drauf nach deutschland fast deutschland gegen brasilien bisschen vollkommen ich glaube ich wechsle machen ich glaube ich habe ich jemand schnelles hier habe ich überhaupt nicht ein spieler auswechselbaren kann es komplett in toller kloppen so ich mache jetzt komplette drei wechsel also ich bin völlig 321 der spiel erscheint probleme zu haben wohl ein müller kommand da jetzt sind wir da jetzt hier runter wahrscheinlich um eine weg verletzung zu vermeiden weg wichtiges täglich hier nein da war es und er hat 100 wo ist der schnell tschüss und geht mir so ab nein der läuft doch hinten idiot so nicht so hoch der geht jetzt die ganz weiten wege finnbogaston er spielt den pass zurück oh nein 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 richtig dicke möglichkeit so super wie sie da drum waren pfff Lewandowski ooooh was gibt es nicht ey jetzt könnte es gefährlich werden ganz energisch und ja also nein bitte rein nein da hat den Hummels da noch stehen gehabt ich war mir so sicher dass das ein Tor wird Klasse der Gierke also ob und das ist der Ballverlust hat der Schwein dass er da einen Hunger spielen hat sonst wird er reingegangen Klasse Technik oh oh come on ist das schnell Alter jetzt gibt es hier den Wechsel uitz nein ooooh Thiago ist jetzt hier schnell werden ooooh ooooh das kann ja nicht wahr sein ey komm mal aber das könnte die Chance werden ooooh schnell nach vorne her das wäre es jetzt gewesen ey nein was machen der Juli ooooh was macht die Stimme denn im Bremster jetzt Thomas Müller und jetzt Lewandowski er Bremst nein man das gibt es nicht abstoß ooooh uah 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 und was gibt es jetzt uah 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 Oh, das gibt's auch nicht. Der hat einen Einwurf zum Glück. Für dich zum Glück. Ups. Nein! Oh! Nicht der mich hier oben. Was will's rot geben, Mob? Gib ihm rot. Ach, das gibt's auch nicht. Oh, ich soll recht mit. Oh, shit. Oh, Hits. Glück gehabt. Nein, 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 nein. So, lest so. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Müller kommt. Gute Aktion. Oh, nein. Komm, Augsburg. Einschneider Konter jetzt. Ja, Kalliubi, jetzt hat er Platz. Jawohl. Nein, Foul. Was? Oh nein, 0-0, das geht's nicht. Nein, was macht er denn? Schnell nach vorne dreschen. Hier ist nach wie vor alles offen, aber klar. Sie sind nach Augsburg gespielt. Jetzt könnte's gefährlich werden. Nein! So viel ist nicht mehr auf der Uhr. Zwei Minuten noch. Nein! Nein! Alter! Ja! Er macht in den 90. Wieder der Bayern-Bonus hier. Drei Minuten nach. Bayern-Bonus! Uh. Was ein Spiel. Ja. Also wenn da so ein Reel-Up ist, dann ist das wirklich ein Pfeilisch-Auftritt dabei. Und so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielt. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie ihn zwischen? Vielleicht. Kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Thiago! Oh! Bam! 2-0! Vor allem pfeift er das nicht ab! Pfeift er nicht mehr ab! Dann fällst du mich hässlich, oder? Goal, go! Goal! Oh, der Spieler z MEl einen Fuß Bordar ahGo! Oh, derractiv fällst mit dem Fuß ab! Ohne! Das 2-0! Führung ausgebaut! Ja, natürlich. Malangriff pfeift er dann ab, wie improvements in zukünftig! Ja, das wars mit dem Rohrhacken. Ich hoffe euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal! und wenn ihr noch kein abonnent sein könnt ihr das tun und checkt auch julian ab und ja bis dann